Willkommen zurück bei SOS, der Ultimate Escape. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung zu einer neuen Lobby. Mal schauen, wie es diesmal läuft. Letztes Mal ist leider meine Team-Mates, einer ist verreckt und der andere ist turnt. War ein bisschen kontraproduktiv, sagen wir es so. Jetzt hat es nicht einmal die Tatsache geholfen, dass ich denen mein ganzes Gier überlassen habe. Oh Mann. So, mal schauen, jetzt sind wir in der Vion. Wie geht's, Leute? So, die Catchframes beginnen wieder. Die meisten wissen, dass es anscheinend hat. Ich finde die Modelle der 2 war ziemlich cool. Vor allem, du kannst sie auch ziemlich schön customisieren. Ich weiß nicht, wie immer das ganze Selfish und das ganze... Oh, da haben sie 2. Die kennen sich. Oh, hallo! Hi. Oh, wir haben Freunde. Begone! Du bist nicht begonnen! Hey Guys, what's up? Yeah? Haha. Haha. Das hat ziemlich eingekifft angehört. Hallo, I do believe we haven't met yet. Pleased to be a quatting, Slutty. Geht in, du Chopper! Now! Haha. 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 Oh, ich hab 13. Ich hab das Klatschendrick, ich hab kein Auge, was das heißt. Haha. Haha. Du bekommst Strand für die, Alan. Oh, man. So. Mal auf den 99 stellen. Hm. Ich hab immer 100% die rausgefunden, hab ich noch nicht, was das bedeutet. Oh, wir sind hier direkt bei einem... Ne, eines, äh, Ding. Ähm. Ah, sagt's mir. Ne, von, 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 von so einem Wachposten. Oh, wir sind ziemlich nah an Blut. Sehr, sehr geil. Da ist sogar so ein großes Lager. Ja, nice. Schauen wir dann, ob wir da irgendwas interessantes finden. Was ich auch rausgefunden habe, ist, dass man Waffen aufstellen kann. Oh, habt ihr das gesehen? Da war eine Axt aufgezeichnet sogar. Äußerst interessant, Leute. Äußerst interessant. Also. Dann schauen wir uns mal das Lager an, hätte ich gesagt. Erstmal auf den Bagger. Also, die... Also, die... Also, die... Also, ganz ehrlich. Die... Die Ketten hättet ihr schon schön armieren können, Leute. Okay. Unzestör... Unzestörbar. Ich glaube, da oben ist ein... Oh, shit, da oben. Da oben ist ein Arbino. Ein Arbino. Ich hoffe, er hat mich jetzt nicht infiziert. Okay. So. Ah, hier. Eine Tasche. Eine Tasche. Ach, da ist jemand. Da ist jemand. Okay. Vielleicht können wir mit denen abteamen. Ich probiere mal, ob das jetzt geht. Bye, bye. Leider nein. Geht leider nicht. Ach, shit, schon wieder sind wir. Der Verdammter Arbino. Ah, wenigstens halten die nicht so viele Schläge aus. Schon langsam wird's da mit... Moment, da war noch was zu untersuchen. Ach, ah ja. Da ist ja zu spät, der Scheiß. Ähm... Wir müssen da rein. Okay, wir sind Winter als Forties bezüglich. Ah, da ist der Generator. Sehr gut. Das passt mir ganz gut, dass du mir das gemacht hast. So nimmst du mir die ganzen Viecher ab. Ah, ne Waffe. Nice. Oh, oh. Die Waffe ist nice. So, jetzt habe ich einen Strom angeschalten. Ich könnte schon langsam... was zum Heilen brauchen. Ich riskiere mal, indem ich jetzt aufschieße. Oh, okay, nur für Munition. Shit. Egal. Immerhin, wir haben jetzt einen Strom eingeschalten, das heißt... ...hinterneben Lager müsste ein... ...muss sein, oder? Hallo! 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 Wie geht's? Ja, ich bin nicht so gut. Ich brauche einige Medics. Hier geht's. Ja, danke. Danke. Okay, have you been up here yet? There is one for you, in here. Thank you. Okay. This one requires a lockpick or a gun. I need to go... I have a gun. Nice. Ah, Anticode. You don't need this knife, dude? No, not... ...not yet, no. But you have more space. By the way, if we get lost, go to channel 13, okay? 13? Okay. Check, check. Check, check. Nice. Oh! I'm sorry. It's okay. It didn't do any damage. No. God, thank. Oh, lockpicks. Nice, yes. Er ist tot Hier ist noch ein Pack Was? Ein Schiff Ein Schiff Warte, ich versuche diesen Schiff Ja, wir holen einen Schiff für dich Ah, sehr nice, dass wir das an Diesmal haben wir einen sehr kompetenten Mitstreiter, muss ich sagen Da kommt sie aus Oh, da ist ein Bike Dann können wir das Lockpick für dich Danke Oh, da ist ein Papier Oh, ein Monster Ja, was ist das? Er ist da Er ist da Er ist da Er ist da Okay Du brauchst noch Papier Nein, ich bin okay Los geht zu dem Tempel Geht, nicht diesen Weg Stopp Eine Person oder mehr? Da ist ein Monster Okay Eine Papier Eine Papier Eine Papier ist hier Das Leute Das Leute Okay Wanna team up with them Or fight with them Wanna fight with us Or team up with them Nein, wir müssen einfach nur weg Es ist kein Problem Oh, wir versuchen sie zu betrayen Ja, folg mir Er... Das ist hier Okay Let's go, let's go Okay I'm behind you Hehehe Versuchen wir jetzt die Wiki zu betreuen Das wird witzig Behind us Behind us Hey guys I'll see ya Behind us There are three guys They don't want to team up with us They don't want to team up with us So let's just go Ammo for your gun Over here I have already one In the... Ah, ammo Okay, sorry Yeah I'm sorry More ammo Yeah More ammo And the relic one Oh, there's a relic Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah I'll block, okay? Okay Okay Watch out One Die Die I Die Oh, der steckt für einen. How many hits he will to take it? On me, on me. I'm gonna die. Die. Are you okay? Yeah. We should get out though. Yep. Grab some ammo and go. Hey, do you have the antidote? Can I get the antidote? Sure, sure, sure. Where are you? I'm over here behind you. Ah, here. T, press T. Yeah, I have so much. I had a mushroom and a block pack and the antidote, so. Oh, yeah. So, let's try and find a flare gun. Okay, we need to go. We need to go. We need to go. Those guys are trying to follow us. Can I get this? Can I get this weapon? Sure. Let's see her. Another lockpicks. Nice. I got one. I got two. You take one. Okay, let's go. I think in the north there must be another know, another relic run. Oh. I'm COMING! Do you need something better? You shouldn't use. Okay, let's just get out of this place. And they just, it's just a special spec here. Ich hab immer gesagt, dass es nicht genug Lockpicks gibt, aber ich habe zu viele jetzt. Ja, ich auch. Wenn du einen brauchst, dann findest du einen. Wenn du nicht einen brauchst, dann findest du alle. Ja, in front of mich. Let's go. Ja. Behind, behind. Okay. Hey. Noen. Noen mehr. Ja. Watch out, watch out. Saw him. Let's get going. I'm right behind you. Let's not waste time. We gotta go quickly. Yep. I'm looking pretty good. Oh, there's the helicopter. Where are you? Let's sneakily go off the couch real quick, so if this guy doesn't see us, we don't know. Okay. We don't want to attract attention. Or just... Nice to know, nice to know. Just walk. Until we get past. He's done, not left. Yeah, you can go now. He's got a friend. In front of her. In front of her. Just go around the side. Okay. It looks pretty good, guys. Just walk here. Never mind, just run, 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 run. I'm down here. I'm down here. I hear another beepers. Yeah, we don't know. Just run it, run it. Yeah, they're behind our break. Yeah, they're running, guys. Drop down, drop down, drop down, drop down. On the right. All right. All right. I have no mushrooms. Just run it, run down this way. Don't kill me, I'll give you money. Okay. We've already been here. I'm going up to this. You see this lighthouse over here? I'm going to climb up to it. Okay. How much ammo do you have? Me? That's right, bullets. I think he's counting for his friends. Yeah. My team is having a player, I think. Hey, watch my back. I'm at the lighthouse door. I'm at the lighthouse door. Die Maul ist zu hoher. Sie ist tot, sie ist tot. Ja, sie hat uns verletzt. Was hat sie getan, die uns verletzt? Er hat eine Weile in meine Pack. Okay, okay, um, I'm going to unlock the door with my back, okay? There's no gun here, unfortunately. Ah, crap. Let's head over to the Eagles camp. Yeah, I have papayas for you, if you need. I just need one. No, I'm good. Yeah, let's go, go. Let's go to the flare. We go to Eagles camp and then we can, there might be a gun there. Okay. And then when we have guns. Oh, crap. Ah, shit, we have to go. We're checking for a safe extraction site now. Extraction site selected and marked with red smoke. Ah, yep, I see you. Okay, we're going to find a gun on the way. Yeah, 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 yeah. And some ammunition. A special supply drop to aid your extraction. Shit, I have only four bullets left. Now I'm on nine bullets. Nine. Nine, yes. We can get the drop on these guys. Yeah, I hope so. Use radio, because they can't hear us if we do. Oh, okay. Nice to know. They're there. You see them? Yep. One red leg. One red leg. You see the bomb? Yeah, yeah, yeah. Explode it and then I'll drop down. You shoot it and then we drop down, okay? Ah, shit, this is not one shot. Okay. Let's just come down. Come, come, come down. Drop down. Yeah, yeah, yeah. Drop down before. I'm waiting below. Behind us. Okay. 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 What the hell? Oh shit, you got me killed. Oh shit, I got me killed. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh man, ich bin so entschuldigt. Er ist gerade umgekehrt. Oh man, der war echt cool drauf. Der war cool drauf. Das ist so großartig. Ja du schaffst das schon. Der schafft das schon. Fünf Minuten hat er noch. Schauen wir mal ob unser Dude schafft. Ich will das für dich, Mann. Ich will das für dich. Ich kann dich nicht hören. Er kommt raus. Er kommt raus. Ja komm. Er kommt raus. Er kommt raus. Jawohl. Jawohl, ich kann raus. Sehr gut, sehr gut. Oh, da gibt es die zweite. Ah, okay. Ja, nice. Geht er schafft. Ja, danke, danke, danke. Ja, alle schaffen das Win-Relikt. Ja. Nice one, nice one, Leute. Nice one. Ich gucke mir jetzt schon leider, dass ich nur zwei, das ist jetzt meine zweite und letzte Folge leider aus Elfer wahrscheinlich, weil ich leider keine Zeit mehr hatte. Also ich muss jetzt dann gleich zu einer weiteren Gruppenaufphase von Trouvertown und ich habe leider einen Freundeswochen hinter sich leider keine Zeit kommen, das ist sch... Weiterspiele. Und daher wird es wahrscheinlich die letzte Folge sein, da ich ja auch Frühschicht muss. Ich würde mich schon sehr schterschwung das eine governing Option. Du möchtest, ich warte. Du, ich bin so sorry. Du, ich zumal mich nie. Du hast Пом�문. Ja, ich viciss Voyける. Ja, ich bin so sorry, zuge auf hau. Das war hier. Du, du hastvärr einen Knife. Ja. Ja, Tau-Tau. Ja, wie Einsen για. Ja, we did it. You do it, Macbeth. You do it. Oh, okay. It sells just the game. Let's go. Yeah, baby. Yeah. Oh, I'm sorry that I couldn't save you, my guy. You got a knife in the head from me. I'm sorry. Fuck there, bitch. They're trying to kill me. What the hell? I know. People are so damn aggressive in this game. I love you guys. I love you Relic guys. Wow, we were a fan favorite. How nice. Oh, man, oh, man, oh, man. Sehr cool. Sehr cool. Oh, er hat einen Teamkill gemacht, aus Versehen. Auch nicht schlecht. Oh, man, das war echt nice, Leute. Das war echt nice. Ich bin jetzt generous friendly. Nice. Ja, wie gesagt, das war eine weitere Folge SOS, The Ultimate Escape. Für mich wahrscheinlich die letzte Folge aus der geschlossenen Alpha. Ich muss mich vorbereiten auf die nächste Teamaufnahme und dann gleich darauf meine Arbeit. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich erwarte sehensichtlich die nächsten Beta und Alpha. Falls es einen dritten Alpha-Test gibt, natürlich den. Ansonsten die Beta-Tests und natürlich auch das fertige, realistische Spiel. Wir sehen uns hoffentlich dort wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao.